Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen auf unserer Meile 2013, das ist das Sommerfest von Regenswagen-Sellingen. Wir feiern das Fest alle zwei Jahre, dabei helfen alle Bereiche mit für unsere Einrichtung, die Schwestern in verschiedenen Wohnbereichen, Schulen, Tagesstätten, alle unterschiedlichen Disziplinen sind dabei. Wir beginnen immer mit dem Gottesdienst und danach feiern wir hier das große Sommerfest mit großer Verpflegung. Es sind viel behinderte Menschen hier, die alle ihre Angehörigen, die vielen in der Türmich Moskéen dabei haben. Gleichzeitig ist auch ein Fest von unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern und auch ihren Familien ganz herzlich willkommen. Dankeschönきた. Sehr schön. Applaus Vielen Dank. Hier ist ein Mensch, schenk ihn nicht fort, gib ihm die Hand, schenk ihm ein Wort. Hier ist ein Mensch, der will zu dir, du hast ein Haus, öffne die Tür, öffne die Tür. Hier ist ein Mensch, öffne die Tür, hier ist ein Mensch, der will zu dir. Hier ist ein Mensch, der will zu dir, du hast ein Mensch, der will zu dir. Hier ist ein Mensch, der will zu dir, du hast ein Mensch, der will zu dir vergessen. So, liebe Gäste, ein ganz herzliches Dankeschön der Gruppe von der Lebenshilfe. Das war, das war, und bitte noch einen riesen Applaus für die Freunde der Lebenshilfe. Vielen Dank. Vielen Dank.